Kapitel 85 General Stumms Bemühung, Ordnung in den Zivilverstand zu bringen Ulrich mochte ungefähr eine Stunde länger fortgeblieben sein, als er es beim Weckgehen angegeben hatte, und als er heimkehrte, wurde ihm gemeldet, dass ein Offizier schon lange auf ihn warte. Er traf oben zu seiner Überraschung General von Stumm an, der ihn in alter Kameradschaftlichkeit begrüßte. »Lieber Freund«, rief ihm dieser entgegen, »du musst entschuldigen, dass ich dich noch so spät überfalle, aber ich habe vom Dienst nicht früher abkommen können und sitze überdies schon zwei Stunden hier zwischen deiner Büchersammlung, die ordentlich zum Fürchten ist.« Es stellte sich nach einigem Austausch von Höflichkeiten heraus, dass Stumm durch ein dringendes Anliegen hergeführt worden. Er hatte ein Bein unternehmend über das andere geschlagen, was bei seiner Statur ein wenig Mühe machte, streckte den Arm mit der kleinen Hand aus und erklärte, »Dringend«, naja, ich pflege meinen Referenten, wenn sie mir einen dringenden Akt bringen, zu sagen, »Dringend ist nichts auf der Welt außer dem Weg zu einem gewissen Lokus.« Aber im Ernst gesprochen ist das, was mich zu dir führt, hervorragend wichtig. Ich habe dir schon gesagt, dass ich das Haus deiner Cousine als eine besondere Gelegenheit für mich betrachte, die wichtigsten Zivilfragen der Welt kennenzulernen. Schließlich ist das einmal etwas nicht Errarisches, und ich kann dir versichern, dass es mir kolossal imponiert. Aber andererseits sind wir Militärs, auch wenn wir unsere Schwächen haben, lange nicht so dumm, wie man allgemein glaubt. Und ich hoffe, du wirst mir zugeben, dass wir, wenn wir einmal etwas machen, es gründlich und ordentlich tun. Also, du gibst das zu. Das habe ich mir auch erwartet, und dann kann ich offen mit dir reden, wenn ich dir trotzdem gestehe, dass ich mich für unseren militärischen Geist schäme. Schäme, habe ich gesagt. Ich bin heute neben dem Vildbischof wohl der Mann in der Armee, der am meisten mit dem Geist zu tun hat. Aber ich kann dir sagen, wenn man unseren militärischen Geist genau anschaut, so hervorragend er ist, er schaut aus wie ein Frührapport. Du weißt hoffentlich noch, was ein Frührapport ist. Also nicht wahr, da schreibt der Inspektionsoffizier hinein, so viele Mann sind da und Pferde, so viele Mann und Pferde sind nicht da, sie sind krank oder dergleichen, der Ulan, Leitomischl ist über die Zeit ausgeblieben und so weiter. Aber warum so viel Mann und Pferde da oder krank sind und so weiter, das schreibt er nicht hinein. Und gerade das ist es, was man immer wissen müsste, wenn man mit Herren vom Zivil zu tun hat. Die Rede des Soldaten ist kurz, einfach und sachlich. Aber ich habe sehr oft mit Herren von den Zivilministerien zum Konferieren und dann fragen sie bei jeder Gelegenheit, warum das sein soll, was ich vorschlage und berufen sich auf Rücksichten und Zusammenhänge höherer Natur. Also ich habe, und du gibst mir den Ehrenwort, dass das, was jetzt kommt, unter uns bleibt, meinem Chef, dem Exzellenz Frost, vorgeschlagen oder richtiger gesagt, ich will ihn mehr damit überraschen. Dass ich die Gelegenheit bei deiner Cousine benutze, um diese Rücksichten und Zusammenhänge höherer Natur einmal ordentlich kennenzulernen und, wenn ich so sagen darf, ohne unbescheiden zu sein, für den militärischen Geist heranzuziehen. Schließlich haben wir beim Militär Ärzte, Tierärzte, Apotheker, geistliche Auditoren, Intendanten, Ingenieure und Kapellmeister. Aber eine zentrale Stelle für den Zivilgeist, der fehlt noch. Ulrich bemerkte jetzt erst, dass Stumm von Bordwehr eine Dienstmappe mitgebracht hatte. Sie lehnte zu Füßen des Schreibtisches und war eine jener Großen an einem starken Riemen um die Schultern zu tragenden Rindsledertaschen, die dem Verbringen von Akten in den weitläufigen Baulichkeiten der Ministerien und über die Straße von einer Dienststelle zur anderen dienen. Offenbar war der General mit einer Ordnanz gekommen, die unten wartete, ohne dass Ulrich sie bemerkt hatte, denn Stumm zog nur mit Mühe die schwere Tasche an seine Knie und ließ das kleine Stahlschloss aufspringen, das ungeheuer kriegstechnisch aussah. Ich bin nicht müßig gegangen, seit ich auch im Unternehmen beiwohne, lächelte er, indes sich sein hellblauer Rock beim Bücken an den Goldknöpfen spannte. Aber verstehst du, da gibt es Sachen, mit denen ich nicht ganz recht komme. Er fingerte aus der Mappe eine ganze Anzahl loser, mit sonderbaren Aufzeichnungen und strichen bedeckter Blätter hervor. Deine Cousine, erläuterte er, ich habe mich einmal eingehend mit deiner Cousine darüber besprochen. Sie möchte begreiflicherweise, dass aus ihren Bemühungen, unserem allerhöchsten Herrn ein geistiges Denkmal zu setzen, eine Idee hervorgeht, die gleichsam die rangshöchste unter allen Ideen darstellt, die man heute hat. Aber ich habe jetzt schon bemerkt, so sehr ich alle diese Leute bewundern muss, die sie dazu eingeladen hat, dass das verteufelte Schwierigkeiten bereitet. Sagt der eine das, so behauptet der andere das Gegenteil. Ist dir das nicht auch schon aufgefallen? Aber was mir wenigstens noch weit schlimmer vorkommt, der Zivilgeist scheint das zu sein, was man bei dem Pferd einen schlechten Fresser nennt. Du erinnerst dich doch noch, so einer Bestie kannst du die doppelte Futuration geben, sie wird trotzdem nicht dicker. Oder sagen wir halt, verbesserte er sich auf einen kurzen Widerspruch des Hausherrn. Meinetwegen kannst du auch sagen, dass er mit jedem Tag dicker wird, aber die Knochen wachsen ihm nicht und das Fell bleibt glanzlos. Was er kriegt, ist nur ein Grasbauch. Also das interessiert mich, weißt du, und ich habe mir vorgenommen, mich um diese Frage zu kümmern, warum da eigentlich keine Ordnung hineinzubringen ist. Stumm reichte seinem ehemaligen Leutnant lächelnd das erste der Blätter hin. Man mag gegen uns sagen, was man will, erläuterte er. Aber auf Ordnung haben wir uns beim Militär immer verstanden. Hier, das ist die Konsignation der Hauptideen, die ich aus den Teilnehmern an den Versammlungen bei deiner Cousine herausbekommen habe. Du siehst, wenn man ihn unter vier Augen fragt, hält eigentlich jeder etwas anderes für das Wichtigste. Ulrich betrachtete das Blatt mit Staunen. Es war nach der Art eines Meldezettels oder eben der militärischen Verzeichnisse durch Kreuz- und Querlinien in Felder geteilt, deren Eintragungen aus Worten bestanden, die einer solchen Anlage einigermaßen widerstrebten, denn er las in errarischer Schönschrift die Namen Jesus Christus, Buddha, Gautama, auch Siddhartha, Lao Tse, Luther, Martin, Goethe, Wolfgang, Ganghofer, Ludwig, Chamberlain und viele weitere, die offenbar noch auf einem anderen Blatt ihre Fortsetzung fanden. So dann in einer zweiten Spalte die Worte »Christentum, Imperialismus, Jahrhundert des Verkehrs« und so weiter, an die sich in anderen Spalten andere Wortsäulen schlossen. »Ich könnte es auch das Grundbuchsblatt der modernen Kultur nennen«, erläuterte Stumm, »den wir haben das dann erweitert, und es enthält jetzt die Namen der Ideen und ihrer Urheber, von denen wir in den letzten 25 Jahren bewegt worden sind. Ihr habt keine Ahnung davon gehabt, was das für eine Mühe macht.« Da Ulrich wissen wollte, wie er dieses Verzeichnis zustande gebracht, erklärte er gerne den Vorgang nach seinem System. »Ich habe einen Hauptmann, zwei Leutnants und fünf Unteroffiziere dazu gebraucht, um das in so kurzer Zeit fertigzustellen. Wenn wir ganz modern hätten sein dürfen, so würden wir ja an alle Regimenter die Frage geschickt haben, wen halten sie für den größten Menschen?« Wie man das heute macht, bei den Rundfragen der Zeitungen und dergleichen. Weißt du, zugleich mit dem Befehl, das perzentuelle Abstimmungsergebnis anherzumelden. Aber beim Militär geht so etwas nicht, weil natürlich kein Truppenkörper etwas anderes melden darf als seine Majestät. Ich habe dann daran gedacht, erheben zu lassen, welche Bücher am meisten gelesen werden und die höchsten Auflagen haben. Aber da hat sich gleich herausgestellt, dass das außer der Bibel die Neujahrsbüchel der Post mit den Tarifen und alten Witzen sind, die jeder Adressat für sein Trinkgeld von seinem Briefträger bekommt. Was uns wieder darauf aufmerksam gemacht hat, wie schwierig der Zivilgeist ist. Denn im Allgemeinen gelten ja doch die Bücher für die Besten, die sich für jeden Leser eignen. Oder es muss wenigstens, hat man mir gesagt, ein Autor in Deutschland sehr viele Gleichgesinnte haben, damit er für einen ungewöhnlichen Geist gilt. Also diesen Weg haben wir auch nicht einschlagen können. Und wie es schließlich gemacht worden ist, das kann ich dir im Augenblick nicht sagen. Das war eine Idee des Korporals Hirsch, gemeinsam mit dem Leitnant Melichar. Aber es ist uns gelungen. General Stumm legte das Blatt beiseite und nahm mit einer bedeutenden Enttäuschungen ankündigenden Miene ein anderes vor. Er hatte nach vollzogener Bestandaufnahme des mitteleuropäischen Ideenvorrats nicht nur zu seinem Bedauern festgestellt, dass er aus lauter Gegensätzen bestehe, sondern auch zu seinem Erstaunen gefunden, dass diese Gegensätze bei genauerer Beschäftigung mit ihnen ineinander überzugehen anfangen. Dass mir von den berühmten Leuten bei deiner Cousine jeder etwas anderes sagt, wenn ich ihnen um Belehrung bitte, daran habe ich mich schon gewöhnt, meinte er. Aber dass es mir, wenn ich längere Zeit mit ihnen gesprochen habe, trotzdem vorkommt, als ob sie alle das Gleiche sagen würden, das ist es, was ich in keiner Weise kapieren kann. Und vielleicht reicht mein Kommissverstand einfach nicht dafür aus. Wovon General Stumms Verstand in solcher Weise geängstigt wurde, war keine Kleinigkeit und hätte eigentlich nicht nur dem Kriegsministerium überlassen bleiben dürfen, obgleich sich zeigen ließe, dass es zum Kriege allerhand beste Beziehungen unterhält. Dem gegenwärtigen Zeitalter sind eine Anzahl großer Ideen geschenkt worden und zu jeder Idee durch eine besondere Güte des Schicksals gleich auch ihre Gegenidee. So, dass Individualismus und Kollektivismus, Nationalismus und Internationalismus, Sozialismus und Kapitalismus, Imperialismus und Pazifismus, Rationalismus und Aberglaube gleich gut darin zu Hause sind, wozu sich noch die unverbrauchten Reste unzähliger anderer Gegensätze von gleichem oder geringerem gegenwärtswert Gesellen. Das scheint schon so natürlich zu sein, wie, dass es Tag und Nacht, heiß und kalt, Liebe und Hass und zu jedem Beugemuskel im menschlichen Körper den widersprechend gesinnten Streckmuskel gibt. Und General Stumm würde ebenso wenig wie irgendwer auf den Einfall gekommen sein, darin etwas Ungewöhnliches zu bemerken, wenn nicht sein Ehrgeiz durch seine Liebe zu Diotima in dieses Abenteuer gestürzt worden wäre. Denn die Liebe begnügt sich nicht damit, dass die Einheit der Natur auf Gegensätzen ruht, sondern sie will in ihrem Verlangen nach zärtlicher Gesinnung eine Einheit ohne Widersprüche. Und so hatte der General auf alle mögliche Weise versucht, diese Einheit herzustellen. Ich habe hier, erzählte er Ulrich, indem er gleichzeitig die dazugehörenden Blätter vorwies, ein Verzeichnis der Ideenbefehlshaber anlegen lassen, das heißt, es enthält alle Namen, welche in letzter Zeit sozusagen größere Heereskörper von Ideen zum Siege geführt haben. Hier, dieses andere ist eine Ordre de Partei, das da ein Aufmarschplan, dieses ein Versuch, die Depots oder Waffenplätze festzulegen, aus denen der Nachschub an Gedanken kommt. Aber du bemerkst wohl, ich habe es in der Zeichnung auch deutlich hervorheben lassen, wenn du eine der heute im Gefecht stehenden Gedankengruppen betrachtest, dass sie ihren Nachschub an Kompatanten und Ideenmaterial nicht nur aus ihrem eigenen Depot, sondern auch aus dem ihres Gegners bezieht. Du siehst, dass sie ihre Front fortwährend verändert und ganz unbegründet plötzlich mit verkehrter Front gegen ihre eigene Etappe kämpft. Und du siehst andersherum, dass die Ideen ununterbrochen überlaufen, hin und zurück, sodass du sie bald in der einen, bald in der anderen Schlachtlinie findest. Mit einem Wort, man kann weder einen ordentlichen Etappenplan noch eine Demarkationslinie noch sonst etwas aufstellen. Und das Ganze ist mit Respekt zu sagen, woran ich aber andererseits doch wieder nicht glauben kann, das, was bei uns jeder Vorgesetzte einen Sauhaufen nennen würde. Stumm ließ einige Dutzend Blätter auf einmal in Ulrichs Hand gleiten. Sie waren bedeckt mit Aufmarschplänen, Bahnlinien, Straßennetzen, Portetskizzen, Truppenzeichen, Kommandostandorten, Kreisen, Rechtecken, schraffierten Räumen. Wie bei einem regelrechten Generalstabselaborat liefen rote, grüne, gelbe, blaue Linien hindurch und Fähnchen verschiedenster Art und Bedeutung, wie sie ein Jahr später so volkstümlich werden sollten, waren hineingemalt. Es nützt alles nichts, seufzte Stumm. Ich habe die Darstellungsart gewechselt und der Sache militärgeografisch statt strategisch beizukommen versucht, in der Hoffnung, auf diese Weise wenigstens einen festgegliederten Operationsraum zu gewinnen, aber es hat ebenso wenig geholfen. Da hast du die oro- und hydrographischen Darstellungsversuche. Ulrich sah Berggipfel markiert, von denen Verzweigungen ausliefen, die sich an anderer Stelle wieder massierten, Quellen, Flussnetze und Seen. Ich habe, sagte der General und in seinem lebenslustigen Auge glomm etwas Gereiztes oder Gehetztes auf. Noch die verschiedensten anderen Versuche angestellt, das Ganze in eine Einheit zu bringen, aber weißt du, wie es ist, so wie wenn man in Galicien zweiter Klasse reist und sich Filzleise holt. Es ist das dreckigste Gefühl von Ohnmacht, das ich kenne. Wenn man sich lange zwischen Ideen aufgehalten hat, juckt es einen am ganzen Körper und man bekommt noch nicht Ruhe, wenn man sich bis aufs Blut kratzt. Der Jüngere musste über diese kräftige Darstellung lachen, aber der General bat, Nein, lach nicht. Ich habe mir gedacht, du bist ein hervorragender Zivilist geworden. In deiner Stellung wirst du die Sache verstehen, aber du wirst auch mich verstehen. Ich bin zu dir gekommen, damit du mir hilfst. Ich habe viel zu viel Respekt vor allem, was Geist ist, als dass ich glauben könnte, dass ich im Recht bin. Du nimmst das Denken viel zu ernst. Herr Oberstleutnant, tröstete ihn Ulrich. Er hatte unwillkürlich Oberstleutnant gesagt und entschuldigt sich. Du hast mich so angenehm in die Vergangenheit zurückversetzt, General, stumm, wo du mich manchmal im Casino zum Philosophieren in eine Ecke kommandiert hast. Aber ich wiederhole dir, man darf das Denken nicht so ernst nehmen, wie du es augenblicklich tust. Nicht ernst nehmen? Stöhnte stumm. Aber ich kann nicht mehr leben. Ohne eine höhere Ordnung in meinem Kopf verstehst du das nicht. Mich schaudert einfach, wenn ich mich daran erinnere, wie lange ich ohne sie auf dem Exerzierplatz und in der Kaserne zwischen Offiziers Witzen und Weibergeschichten gelebt habe. Sie setzten sich zu Tisch. Ulrich war gerührt von den kindlichen Einfällen, die der General mit Mannesmut ausführte und der unverwüstlichen Jugendlichkeit, die ein rechtzeitiger Aufenthalt in kleinen Garnisonen verleiht. Er hatte den Genossen versunkener Jahre eingeladen, sein Abendbrot mit ihm zu teilen, und der General stand so sehr unter dem Eindruck des Wunsches, an seinen Geheimnissen teilzuhaben, dass er jedes Scheibchen Wurst mit Aufmerksamkeit auf die Gabel nahm. Deine Cousine, sagte er und hob das Weinglas, ist die bewundernswerteste Frau, die ich kenne. Man sagt mit Recht, dass sie eine zweite Diodima sei. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Weißt du, meine Frau, du kennst sie nicht, ich kann in keiner Weise klagen, und Kinder haben wir auch, aber so ein Weib wie Diodima, das ist doch ganz etwas anderes. Wenn Empfang ist, stelle ich mich manchmal hinter sie, eine imponierend weibliche Fülle. Und dabei spricht sie auf der vorderen Seite mit irgendeinem hervorragenden Zivilisten gleichzeitig so gelehrt, dass ich mir am liebsten Notizen machen möchte. Und der Sektionschef, mit dem sie verheiratet ist, weiß absolut nicht, was er in ihr hat. Ich bitte um Verzeihung, wenn dir dieser Dutzi vielleicht besonders sympathisch sein sollte, aber ich kann ihn nicht ausstehen. Der schleicht bloß herum und lächelte, so bewusste, wo Bartl den Most holt und es uns nicht verraten wollte. Und das soll er mir nicht vormachen, denn bei aller meiner Verehrung für das Zivil, die Regierungsbeamten nehmen nehmen darin den letzten Platz ein. Die sind nichts als eine Art ziviles Militär, die mit uns bei jeder Gelegenheit um den Vorrang streiten und dabei eine so unverschämte Höflichkeit haben wie eine Katz, wenn sie auf einem Baum sitzt und einen Hund anschaut. Da ist der Dr. Arnheim ein anderes Kaliber, plauderte stumm weiter. Vielleicht auch eingebildet, aber solche Überlegenheit muss man Er hatte offenbar ein wenig rasch getrunken, nach dem vielen Sprechen, denn er wurde behaglich und vertraulich. Ich weiß nicht, was das ist, fuhr er fort. Wahrscheinlich verstehe ich es nicht, weil man heute selbst schon einen so komplizierten Intellekt hat. Aber obgleich ich doch selbst deine Cousine bewundere, als ob ich, ich muss geradezu sagen, als ob ich einen zu großen Bissen im Hals stecken hätte. So ist es mir doch auch eine Erleichterung, dass sie in den Arnheim verliebt ist. Wie, du bist sicher, dass sie miteinander etwas haben? Ulrich hatte das etwas lebhaft gefragt, obgleich es ihm eigentlich nicht nahe gehen sollte. Stumm glotzte ihn mit seinen kurzsichtigen, von der Erregung noch getrübten Augen misstrauisch an und setzte seinen Zwicker auf. Ich habe nicht behauptet, dass er sie gehabt hat, entgegnete er in unverblümter offiziersweise, steckte seinen Zwicker wieder ein und fügte ganz unsoldatisch hinzu. Ich würde aber nichts dagegen haben, hol mich der Teufel. Ich habe dir schon gesagt, dass man in dieser Gesellschaft einen komplizierten Intellekt bekommt. Ich bin gewiss kein Buserand, aber wenn ich mir die Zärtlichkeit vorstelle, die Diotima diesem Mann schenken könnte, dann fühle auch ich Zärtlichkeiten für ihn und umgekehrt ist mir, als ob es meine eigenen Küsse wären, die er Diotima gibt. Er gibt ihr Küsse? Naja, das weiß ich doch nicht, ich spioniere ihnen ja nicht nach. Ich denke man nur so, wenn. Ich verstehe mich eben selbst nicht. Übrigens habe ich schon einmal gesehen, wie er ihre Hand gefangen hat, als sie geglaubt haben, dass niemand zuseht und da sind sie eine Weile so still gewesen, wie wenn Kniet nieder zum Gebet Chaco abkommandiert worden wäre. Und dann hat sie ihn ganz leise etwas gebeten und er hat etwas darauf geantwortet, was ich mir beides wörtlich gemerkt habe, weil es so schwer verständlich ist, nämlich sie hat gesagt, ach, wenn man nur den erlösenden Gedanken fände. Und er hat geantwortet, nur ein reiner, ungebrochener Liebesgedanke kann uns die Erlösung bringen. Offenbar hatte er das zu persönlich aufgefasst, denn sie hat bestimmten erlösenden Gedanken gemeint, den sie für ihr großes Unternehmen braucht. Was lachst du? Tu dir nur keinen Zwang an. Ich habe nun einmal immer schon meine Eigenheiten gehabt und jetzt habe ich mir in den Kopf gesetzt, ihr zu helfen. Das muss sich machen lassen. Es gibt so viele Gedanken und einer muss schließlich der Erlösende sein. Du musst mir bloß an die Hand gehen. Lieber General, wiederholte Ulrich, ich kann dir bloß noch einmal sagen, du nimmst das Denken zu ernst. Aber da du Wert darauf legst, kann ich dir ja zu erklären versuchen, wie ein Zivilist denkt, so gut ich es vermag. Sie waren an die Zigarren gelangt und er begann. Du bist erstens auf einem falschen Weg, General. Der Geist ist nicht im Zivil zu finden und das Körperliche beim Militär, wie du glaubst, sondern es verhält sich genau umgekehrt. Denn Geist ist Ordnung und wo gibt es mehr Ordnung als beim Militär? Alle Halskragen haben dort eine Höhe von vier Zentimetern. Die Zahl der Knöpfe ist genau festgesetzt und selbst in den träume reichsten Nächten stehen die Betten schnurgerade an den Wänden. Die Aufstellung einer Eskadron in entwickelter Linie, die Massierung eines Regiments, die rechte Lage einer Kopfriemenschnalle sind also geistige Güter von hoher Bedeutung. Oder es gibt geistige Güter überhaupt nicht. Er hat seine Großmutter zum Narren, knurrte der General vorsichtig, der im Zweifel war, ob er seinen Ohren oder dem Genoss seinen Wein nicht trauen sollte. Du bist vorschnell, beharrte Ulrich. Wissenschaft ist nur dort möglich, wo sich die Geschehnisse wiederholen oder doch kontrollieren lassen. Und wo gäbe es mehr Wiederholung und Kontrolle als beim Militär? Ein Würfel würde kein Würfel sein, wenn er nicht um neun Uhr so rechteckig wäre wie um sieben. Die Gesetze der Planetenbahnen sind eine Art Schießvorschrift und wir würden uns überhaupt von nichts einem Begriff oder ein Urteil machen können, wenn alles nur einmal vorüberhuschte. Was etwas gelten soll und einen Namen tragen, das muss sich wiederholen lassen, muss in vielen Exemplaren vorhanden sein. Und wenn du noch nie den Mond gesehen hättest, würdest du ihn für eine Taschenlampe halten. Nebenbei bemerkt, die große Verlegenheit, die Gott der Wissenschaft bereitet, besteht darin, dass er nur ein einziges Mal gesehen worden ist und das bei der Erschaffung der Welt, ehe noch geschulte Beobachter da waren. Man muss sich in Stumpf und Bordwerfer setzen. Seit der Kadettenschule war ihm alles vorgeschrieben worden, von der Form der Kappe bis zum Heiratskonsens und er verspürte wenig Neigung, seinen Geist solchen Erklärungen zu öffnen. Lieber Freund, entgegnete er tückisch, das mag alles sein, aber es geht mich eigentlich nichts an. Du machst ja ganz gute Witze, wenn du sagst, dass wir beim Militär die Wissenschaft erfunden haben, aber ich rede nicht von der Wissenschaft, sondern, wie deine Cousine sagt, von der Seele. Und wenn sie von der Seele spricht, dann möchte ich mich am liebsten nackt ausziehen, so wenig passt das zu einer Uniform. Lieber stumm, fuhr Ulrich unbeirrt fort, sehr viele Menschen werfen der Wissenschaft vor, dass sie seelenlos und mechanisch sei und auch alles, was sie berühre, dazu mache. Aber wunderlicherweise bemerken sie nicht, dass in den Angelegenheiten des Gemüts eine noch weit ärgere Regelmäßigkeit steckt als in denen des Verstandes. Denn wann ist ein Gefühl recht natürlich und einfach? Wenn sein Auftreten bei allen Menschen in gleicher Lage geradezu automatisch zu erwarten ist. Wie könnte man von allen Menschen Tugend verlangen, wenn eine tugendhafte Handlung nicht eine solche wäre, die sich beliebig oft wiederholen ließe? Ich könnte dir noch viele andere solche Beispiele nennen. Und wenn du von dieser öden Regelmäßigkeit in die dunkelste Tiefe deines Wesens fließt, wo die unbeaufsichtigten Bewegungen zu Hause sind, in diese feuchte Kreaturtiefe, die uns vor dem Verdunsten am Verstande schützt, was findest du? Reize, Reflexbahnen, Einbahnung von Gewohnheiten und Geschicklichkeiten, Wiederholung, Fixierung, Einschleifung, Serie, Monotonie. Das ist Uniform, Kaserne, Reglement, lieber Sturm. Und es hat die zivile Seele merkwürdige Verwandtschaft mit dem Militär. Man könnte sagen, dass sie sich an dieses Vorbild, an das sie nie ganz heranreicht, anklammert, wo sie nur kann. Und wo ja das nicht möglich ist, ist sie wie ein Kind, das man alleingelassen hat. Nimm bloß die Schönheit einer Frau zum Beispiel. Was dich als Schönheit überrascht und überwältigt, wovon du glaubst, dass du es zum ersten Mal in deinem Leben erblickst, das hast du innerlich längst schon gekannt und gesucht, davon war immer ein Vorglanz in deinen Augen, der jetzt bloß zur vollen Tageshelle verstärkt wird. Dagegen, wenn es sich wirklich um Liebe auf den ersten Blick, um Schönheit handelt, die du noch nie wahrgenommen hast, so weißt du einfach nicht, was du damit anfangen sollst. Dem ist nichts ähnliches vorangegangen. Du weißt keinen Namen dafür, du hast kein Gefühl als Antwort, du bist einfach grenzenlos verwirrt, geblendet, in ein blindes Staunen, in einen trottelhaften Stumpfsinn versetzt, der mit Glück kaum noch etwas gemeinsam zu haben scheint. Hier unterbrach der General lebhaft seinen Freund. Er hatte ihm bisher mit jener Geübtheit zugehört, die man auf dem Exerzierplatz an dem Tadel und den Belehrungen seiner Vorgesetzten erwirbt, die man nötigenfalls wiederholen können muss und doch nicht in sich aufnehmen darf, weil man sonst ebenso gut auf einem ungesattelten Igel nach Hause reiten könnte. Jetzt hatte ihn aber Ulrich getroffen und er rief heftig aus »Der Wahrheit die Ehre, das beschreibst du hervorragend richtig. Wenn ich mich so recht in die Bewunderung für deine Cousine versenke, so löst sich alles in mir in nichts auf und wenn ich mich ganz angestrengt zusammennehme, damit mir endlich eine Idee einfalle, mit der ich ihr nützen könnte, so entsteht ebenfalls eine äußerst in mir. Trottelhaft darf man das wohl nicht nennen, aber sehr ähnlich ist es bestimmt. Und du meinst also, wenn ich die recht verstanden habe, dass wir Militärs ganz ordentlich denken, dass der Zivilverstand, also dass wir sein Vorbild sein sollen, das muss ich ablehnen, das ist wohl nur ein Witz von dir. Aber dass wir den gleichen Verstand haben, das denke ich mir auch manchmal. Und was darüber hinaus geht, meinst du, also alle diese Dinge, die uns Soldaten so ungemein zivilistisch vorkommen, wie Seele, Tugend, Innigkeit, Gemüt, der Arnheim kann unglaublich geläufig damit umgehen. Aber du meinst, dass das zwar Geist ist, ja natürlich, du sagst ja wohl, dass gerade das, diese sogenannten Rücksichten höherer Natur sind. Aber du sagst eben auch, dass man ganz blöd davon wird und das stimmt alles ausgezeichnet. Aber schließlich ist der Zivilgeist doch der Überlegene und das willst du doch gewiss nicht bestreiten. Und jetzt frage ich dich, wie stimmt denn das? Ich habe vorhin erstens gesagt, und das hast du vergessen, ich habe erstens gesagt, dass der Geist beim Militär zu Hause ist, und nun sage ich zweitens, beim Zivil das Körperliche. Aber das ist doch Unsinn, lehnte sich stumm misstrauisch auf. Die körperliche Überlegenheit des Militärs war ein Dogma, genauso wie die Überzeugung, dass der Stand des Offiziers dem Thron am nächsten stehe. Und wenn sich stumm auch nie für einen Athleten gehalten hatte, so meldete sich in dem Augenblick, wo man daran zu zweifeln schien, doch die Gewissheit, dass ein Zivilbauch bei Gleichem vorhanden sein, noch um einiges weicher sein müsse als der seine. Nicht mehr oder weniger Unsinn als alles andere verteidigte sich Ulrich. Aber du musst mich ausreden lassen. Siehst du, es mögen ungefähr hundert Jahre her sein, da haben die führenden Köpfe des deutschen Zivils geglaubt, dass der denkende Bürger die Gesetze der Welt an seinem Schreibtisch sitzend aus seinem Kopf herleiten werde, so wie man die Sätze von den Dreiecken beweisen kann. Und der Lanking-Hosen, der das Haar aus der Stirn schleuderte und noch nicht die Petroleum-Lampe, geschweige denn die Elektrizität oder ein Phonogramm kannte. Diese Überhebung ist uns seither gründlich ausgetrieben worden. Wir haben in diesen hundert Jahren uns und die Natur und alles sehr viel besser kennengelernt. Aber der Erfolg ist sozusagen, dass man alles, was man an Ordnung im Einzelnen gewinnt, am und immer weniger Ordnung haben. Das stimmt zu meinen Untersuchungen, bestätigte Stumm. Bloß ist man nicht so eifrig wie du, eine Zusammenfassung zu suchen, fuhr Ulrich fort. Nach den vergangenen Anstrengungen sind wir in einen Zeitabschnitt des Zurücksinkens geraten. Stell dir bloß vor, wie das heute vor sich geht. Wenn ein bedeutender Mann eine Idee in die Welt setzt, so wird sie sogleich von einem Verteilungsvorgang ergriffen, der aus Zuneigung und Abneigung besteht. Zunächst reißen die Bewunderer große Fetzen daraus, so wie sie ihnen passen, und verzerren ihren Meister wie Füchse das Aas. Und dann vernichten die Gegner die schwachen Stellen, und über Kurz bleibt von keiner Leistung mehr übrig als ein Aphorismenvorrat, aus dem sich Freund und Feind wie es ihnen passt, bedienen. Die Folge ist eine allgemeine Vieldeutigkeit. Es gibt kein Ja, an dem nicht ein Nein hängen würde. Du kannst tun, was du willst. So findest du zwanzig der schönsten Ideen, die dafür und wenn du willst zwanzig, die dagegen sind. Man könnte fast schon glauben, es ist wie in der Liebe und im Hass und beim Hunger, wo der Geschmack verschieden sein muss, damit jeder zum Seinen kommt. Ausgezeichnet, rief Stumm, wiedergewonnen, aus. Etwas Ähnliches habe ich selbst schon Diotima gesagt, aber bedenkst du nicht, dass man in dieser Unordnung die Rechtfertigung des Militärs sehen müsste? Und ich schäme mich doch, auch nur einen Augenblick daran zu glauben. Ich würde dir raten, meinte Ulrich, Diotima den Tipp zu geben, dass Gott, aus Gründen, die uns noch unbekannt sind, ein Zeitalter der Körperkultur heraufzuführen scheint. Denn das Einzige, was den Ideen einigermaßen Halt gibt, ist der Körper, zu dem sie gehören. Und dabei hättest du als Offizier über dies einen gewissen Vorsprung. Der kleine dicke General zuckte zurück. Ich bin, was Körperkultur betrifft, nicht schöner wie ein geschälter Pfirsich, sagte er nach einer Weile mit einer bitteren Genugtuung. Und ich muss dir auch sagen, fügte er hinzu, dass ich an Diotima nur auf eine ordentliche Weise denke und auf eben solche Art vor ihr zu bestehen wünsche. Schade, meinte Ulrich, deine Absicht wäre eines Napoleon würdig, aber du des Jahrhunderts dafür vorfinden. Der General steckte den Spott mit der Würde ein, die ihm der Gedanke verlieh, für die Dame seines Herzens zu leiden und sagte nach einigem Nachdenken, ich danke dir jedenfalls für deine interessanten Ratschläge.